Hier ist wieder GBF Akadatmeister mit dem Let's Play von Victory und wir wenden uns der ersten Wisslan-Mission zu, Wisslan 1. Und wie wir sehen, haben wir nur eine begrenzte Anzahl an, ja, Milch. Wir können diesmal keine Jäger, ich meine Kriegerhütten bauen, sondern müssen uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Das sind Jäger und Bauern. Das sind halt die Missionen, die halt, ja, ansprechend schwieriger sind, dass man keine Palisaden bauen kann und man sich ganz allein auf die Stöpsel-Taktik verlassen muss. Die natürlich nicht hundertprozentig koscher ist. Im Sinne von, ja, dass hier die Opfer fordert. Wir greifen an. Kurs bilden, Kurs fälschten. Okay, der zieht sich zurück. Wir gucken, was geht weiter, wo finden wir was, was ist hier? Ah, ein Heiltempel. Gut. Die haben wir soweit. Auf zum Heiltempel. Und, äh, bin bereit, wie du befehlst. Bin bereit, wie du befehlst. Vorher wir weitergehen. Oh, äh, einer unserer Jungs wird erfolgt. Äh, das könnte sein Ende sein. Wie du befehlst. Würde ich auch passen. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Hä? Ich höre. Wie du befehlst. So. Hä? Ich gehe. Hä? Ich gehe. Bin bereit, wie du befehlst. Wie du befehlst. Ich höre. Komm zu uns. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Zu befehl. Ich gehe. Ich höre. Wie du befehlst. Zu befehl. Hä? Bin bereit. Jawohl. So, das sollte doch jetzt reichen. Jawohl. Wir greifen ab. Zu befehl. Auf in den Kampf. Wie du befehlst. Zurück zum Heiltempelfreund. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Bin bereit. Ich greife an. Sehr guter Arbeit, Leute. Bin bereit. Ich höre. Stolz auf euch. Hä? Hä? Ich gehe. Hä? Ich gehe. Da kommt schon der nächste Schwall. Ne, da steht schon der nächste Schwall. Kuh zum Einsatz. Zu befehl. Wie du befehlst. Kuh da noch ein bisschen rum. Das sieht nach einer Brückensituation aus hier. Wo wir zwei Brücken haben, die wir verteidigen müssen. Wie du befehlst. Hier ist sonst weiter nichts. Was war? Okay. Jetzt sind ein paar Bäume da. Bin bereit. Ich höre. Wie du befehlst. Ich höre. Zu befehl. Zu befehl. Wie du befehlst. Ich höre. Wie du befehlst. Bin bereit. Wie du befehlst. Schicken wir uns später wieder vor. Bin bereit. Oh, hier haben wir auch ein Heiltempel. Wie du befehlst. Direkt mit unserer Hauptbasis. Das ist natürlich praktikabel. Da kommen wir die Gegner ein bisschen weiter. Es sind nur Bäume, so wie es aussieht. Kein gegnerischer Angriff erfolgt. Kein größerer. Wir haben sie höchstens angelockt. Speichern wir das Spiel erstmal. Um den ersten Fortschritt nicht gleich wieder zu verlieren. Hier ist wieder ein Wasserbecken. Hier können wir wieder nicht aufrufen. Hier ist die Straße. Ballstück aus. Und hier ist ein Pfeil. Aus Steinen sehr offensichtlich platziert. Und, oh, Rückzug. Definitiv Rückzug. Vier Gegner auf einem Haufen. Ähm, ja. Ist nicht so günstig. Wir müssen also unsere Jungs hier kämpfen lassen. So, wir können auch eine neue Scheune bauen. Aber wir haben den einen Bauern hier verloren. Oder weggeschickt. Also geht alle Mann hierher. Wie du befiehlst. Ich höre. Wie du befiehlst. Ich gehe. Auf in den Kampf. Ich höre. Ich greife an. Zum Befehl. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Ich greife an. Ich höre. Ich greife an. Ja. Prä. Prä. Jawohl. Wir greifen an. Wie du befiehlst. Zieh dich zurück, mein Freund. Bleib doch stehen. Zum Befehl. Ich gehe. Zum Befehl. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Ja, wir haben es geschafft. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Knapp, aber wir haben es geschafft. Ich gehe. Ich gehe. Ich bin bereit. Ich höre. So, wir brauchen aber einen Bauern wieder zurück. Zum Befehl. Zum Befehl. Wenn er hier was baut. Ich gehe. Hä? Ich bin bereit. Wie du befiehlst. Ich höre. Wie du befiehlst. Wir räumen das Land ein bisschen auf. Bin bereit. Ich finde, das ist eine gute Aufgabe, die wir wahrnehmen können. So, die Milchproduktion steigt derweil wieder. Das ist gut, dann können wir gleich schon mal ein paar Kühe ausbilden. Und locken wir die beiden Bauern da aus dem Wald heraus. Bauern im Wald machen wir kalt. Wie du befiehlst. Das ist unser Leben. Ah, was macht er denn? Ich greife an. Er zieht sie zurück. Brett. Moment mal, wo wollt ihr hin? Ihr feigen Säue. Ich greife an. Das gibt es nicht. Hinterher. Ich dulde keine Flucht. Wo? Er trifft die auch nicht. Wenn die sich bewegen, haben die Bogenschützen immer ein Problem, mit ihnen was zu treffen. Typischerweise. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Was haben wir hier denn? Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Anlocken. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Setzen wir sie gleich von Anfang an unter Druck. Du musst schon aus dem Weg gehen, Kuh. Warum hat die gestoppt? Die wurde doch gar nicht angegriffen. Mysteriös. Vielleicht hat sie telepathische Kräfte mit einem der Bauern gehabt. Und hat seinen Schmerz empfunden. Keine Ahnung. Frag mich nicht, wie ich auf solche Ideen komme. Ich höre, wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Ich bin befiehl. Jawohl. Wir greifen an. Ein Griff. Okay, der flüchtet. Jawohl. Wir greifen an. Kann man nicht beidzeitig noch kreien. Okay. Wir greifen an. Wo? Ich bin hier. Wie geht er noch? Ja. Ich gehe. Ich höre. Gut. Hä? Ich gehe. Jawohl. Ich höre. Ich höre. Wir haben auch noch Schaden genommen. Wie du befiehlst. Ich höre. Ich höre. Wie du befiehlst. Und da kommt die nächste Banderole an. So. Noch eine Kuh. Danke. Ich gehe. Und wieder abwarten. Ich höre. Zu Befehl. Ich gehe. Wie du befiehlst. Jawohl. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Jawohl. Jawohl. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Genau so machen wir das. Ah. Wo? Jawohl. Wir greifen an. Ich greife an. Zu Befehl. Aufpassen muss man sein. Bauer nicht. Ah. Ich gehe. Wie du geprügelt wird mit der gegnerischen Axt. Aber es sieht nicht danach aus. Bin bereit. Wie du befiehlst. Gute Erkundung fortsetzen, Leute. Ich höre. Wie du befiehlst. Wir wollen sich unter Druck setzen und heilen. Und dann keine Möglichkeit der Rehabilitation gewähren. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Was man sich nicht erholen kann. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Aber die erste Bissler-Mission geht schon mal gut voran, so wie ich das sehe. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Ohne größere nennenswerte Schwierigkeiten bis jetzt. Also ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Und wahrscheinlich passiert jetzt gleich was Schlimmes. Aber wir wollen doch mal sehen, ob wir nicht weiterkommen. Wie du befiehlst. 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 Nein, kein Duell war in fronten. Kein Duell. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Bin bereit. Jawohl. Dann stellen wir deine Kollegen zur Unterstützung entgegen. Jawohl. Die sind so schnell genug dafür. Jawohl. Wir greifen an. Ich höre. So, jetzt. Jawohl. Bin bereit. Okay, jetzt sind sie schon zurück. Aber, ne, ist auch schon tot. Gut. Du bist geheilt. Ich höre. Wie du befiehlst. Ich höre. Zwei bleiben hier. Ich höre. Wie du befiehlst. Dann gehe ich voran und guck sie die Gegner mal an. Ich bin für noch eine Kuhfarme. Zu Befehl. Ich gehe. Dann haben wir wirklich Milch im Überschluss erstmal. Wie du befiehlst. Einheiten brauchen wir anscheinend noch gar keine richtig. Wie du befiehlst. Jetzt kann ich nirgendwo welche erkennen, dass wir... ...brauchen würden. Hier an dieser Opferstelle mit dem Tierschädel und dem Feuer. Haben wir wahrscheinlich finstere Ritual abgehalten. Dieses wilde Volk von Gislan. Das gehört vernichtet. Genau das werden wir tun. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Ich sehe schon die verwundeten Gegner wieder. Oben links in der Ecke rumgeistern. Und, äh, ja. Wie du befiehlst. 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 Schneller. Direkt zum Heilport hier. Jetzt kann ich auch mal hier bewegen. Ein Notfall. Der Freund hat sich ein bisschen zu übernommen. Wir müssen ihm helfen. Attacke. Gut. Ich höre. Stehen bleiben. Und lass dich heilen. Wir sind bereit. Jawohl. Wir greifen nach. Bin bereit. Sieht knapp aus. Ja. Jawohl. Der eine ist keine Gefahr. Und wir können hier Kür ausbilden. Da habe ich jetzt gar nicht drauf gedacht. Der Hinz des Gefechts. Ich gehe. Ich gehe. So. Aber ich sehe schon, gehen durch Kür. Das ist schon mal gut. Denn, ähm. Das heißt, wir haben ihn bald in der Zange. Ich höre. Ich gehe. Ich höre. Ich höre. Ich habe seine Basis schon mal im Visier. Ich gehe. 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 Wie du befiehlst. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich brauche noch mehr Leute hier. Ich glaube, wir könnten uns auch hier rechts am Kartenrand anhand dieser Bäume hier entlang kämpfen. Das wäre noch eine Option, die wir wahrnehmen könnten. Jawohl. Wir greifen an. Aber wir werden es nicht tun. Denn wir werden den direkten Plumpen Weg. Wir greifen an. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. So. Okay, am Straßenrand können wir noch ein paar Häuser bauen. Da ist ja soweit alles klar. Ich schiebe mal einen Speer hier hin. Um diese Gegend geht es zu erkunden. Wie du befiehlst. Da ist nämlich auch wieder so ein Totenschädel im Wald. Das ist mysteriös. Das möchte ich erkunden. Ich höre. Wie du befiehlst. Okay. Ja, die Gegner sind kühlgreifend nicht an. Die irritieren mich nur. Das ist ihre Taktik. Irritation. Spezialfähigkeit. Pokémon. Ja. Frag nicht, welche Synapsen da jetzt bei mir geschaltet haben. Wie du befiehlst. Pokémon. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Guck mal da hin und dann stopp mal. Ja, dann bin ich gleich geheilt. Ja, mal gucken, ob der gegnerische Bogenschutz auch auf die Idee kommt, sich da dahin zu stellen, damit sie sich gegenseitig in einem unendlichen Kreislauf gegenseitig anschießen können. Bin bereit. Aber er ist anscheinend nicht so schlau. Und man sieht, wie lange es dauert, bis ein Bogenschutz in der anderen geschossen hat. Ich höre. Wie du befiehlst. Nicht beeindruckend. Wie du befiehlst. 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 Darum sind Lanzenwerfer ein bisschen besser, aber auch die sind, naja. Ich finde Krieger einfach besser. Das ist meine persönliche Spielweise. So ist das halt eben. So, Bauern. Eine, zwei. Wir gehen jetzt eine Menge davon aus. Okay, hier ist nichts weiter zu erkunden. Wir können unsere Basis eigentlich hier nach oben verlagern. Zu diesen Flecken. Das wäre eine Option. Ich habe nichts dagegen. Also Leute, marschiert daher. Ich höre, wie du befiehlst, wie du befiehlst. Dann können wir sogar durch den Wald durch. Wie du befiehlst. Ein bisschen. Wie du befiehlst. Noch die Flussgegend. Wie du befiehlst. Ich könnte zum ersten Mal Brücken ausprobieren, wenn das hier funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Doch, Tatsache. Man kann tatsächlich Brücken bauen. Aber bloß hier in diesem Abschnitt, warum auch immer. Weiter komme ich jetzt nicht. Ich bin ehrlich, im ersten Spiel habe ich überhaupt keine Brücken gebaut. Das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Aber, naja. So. Kriegen habe ich es dann auch nicht nötig. So. Hier kommt ein Haus der Jäger hin. So. Wo bin ich denn hingeflogen? So. Mir richtet das in Teamwork. Alle Mann zusammen. Wir müssen hier das Dorf bewachen. Ich höre. Jawohl. Bin bereit. Wie du befiehlst. Bin bereit. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Dann können wir da wieder einen Speer losschicken. Wie du befiehlst. Das dumme Gefühl, hier gibt es noch einiges zu erkunden. Gut. Swiffy. Ich gehe. Ich gehe. Ja, mit der entsprechend übermacht werden, wahrscheinlich so über den Weg rollen. Wie du befiehlst. Ich höre. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Dann amonsten. Die Uhr entlädt sich gut. Fluss auch dabei. Keiner bleibt stehen. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Also vorwärts. Wie du befiehlst. Dann kommt die Gegend weiter. Speichern wir einmal unseren Fortschritt. Immer wichtig in diesem Spiel. Es können immer Sachen passieren, die einem das ganze Spiel durchführen. Spiel durcheinander bringen. Insbesondere am Anfang von Basisbau. Aber hier haben wir jetzt ja keine größeren Probleme. Der Gegner schickt keine Armada aus Kriegern und Rittern und so einem Zeug. Sondern nur sporadisch Vogenschütze und Bauern. Also eigentlich eher lachhaft. Was sich hier dann Armeen auftun. So. Und ansonsten. Okay, da ist ein Bauer, der da rausmachstet, kommt. Anscheinend auf uns zu. Aber mir scheint ihm bald auch nicht zu sein. Bis auf die Gegner in der oben linkeren Ecke. Wie du befiehlst. Wie wir uns ganz am Ende der Mission vorknöpfen werden. Als Triumphzug. Sozusagen. Wie du befiehlst. Wie er jetzt an den Bauern rausbewegt. Was im Grunde auch immer. So. So. Zu viel. Ich gehe. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. So. Noch wer davon, bitte? Hä? Ich gehe. Wie du befiehlst. Okay, schicken wir den Bogenschützen rein. Wahrscheinlich wird er es nicht überleben. Wie du befiehlst. 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 Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Eigentlich ist es eher schlecht. Okay, alle Mann sind bereit. Fünf Stück verfolgen mich. Dann bewege ich mal. Und mein Hausstreitmacher kann sich auch bewegen. Zwar dahin. Jawohl. Ich stehe im Leim, ich stehe im Leim. Auf keinen Fall stehe im Leim. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Wie du befiehlst. Jawohl. Jawohl. Das garantiere ich dir. Wahrer. Jawohl. Wir greifen an. Okay. Wir greifen an. Wahrer. Wir greifen an. Aaaaaah. Alle Mann gleichzeitig auf einen Rauch. Aaaaaah. Wir greifen an. Wir greifen an. Sieht gut aus. Aaaaaah. Wir greifen an. Jawohl. Wir greifen an. Bin bereit. Wie du befiehlst. Bin bereit. Gut. Zu befehl. Jawohl. Das ging doch schon mal besser als erwartet. Jawohl. Zu befehl. Zu befehl. Auch wenn wir einige, ja, schmerzhafte Wunden einstecken mussten. Jawohl. Jawohl. Ich höre. Aber wir produzieren schon fleißig nach. Ich höre. Ich höre. Alle Mann bereit machen. Zu befehl. Zu befehl. Für einen großen Eingriff. Ich höre. Ich höre. Auch einiges einstecken müssen. Jawohl. Zu befehl. Und vielleicht können wir noch ein Haus der Jäger bauen. Direkt hier an der Stelle. Geht ja ohne Probleme. Jawohl. Ich gehe. Zu befehl. Ich gehe. Jawohl. So sichern wir uns unseren Nachschub. Jawohl. Jawohl. Ich höre. Wie du befehlst. Ich gehe. Ich gehe. Zu befehl. Ich gehe. Zu befehl. Zu befehl. Hä? Richtet. Hä? Ich gehe. Ich höre. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Wir brauchen jeden Mann hier. Hä? Ist es auf dich? Hä? Okay. Ich höre. Hast du gehalten? Jawohl. Vorwärts. Jawohl. Die Gegner schickt nur Kühe aus. Also nicht so wild. Hä? Ich gehe. Ich gehe. Gut. Aber ansonsten. Jawohl. Ich glaube, ich habe mir schon mal eine gute Streitmacht hier aufgebaut. Hä? Wenn ich mich so umgucke. Ich gehe. Hä? Jawohl. Und wir können es wagen, einen Angriff zu starten. Der Gegner dürfte ja nicht mehr so viele Gegner haben. Äh, Einheiten meine ich. Der Gegner dürfte nicht mehr so viele Gegner haben. Ja, ja. Schon klar. Jawohl. Ich schiebe jetzt ein bisschen das Kühl raus. Dann bewegt dich mal, Armada. Ich gehe. Zu befehl. Jawohl. Ich habe ja keine Zauber- oder Sondereinheiten. Jawohl. Jawohl. Eigentlich erst mal nur rein ins Dorf. Der Rest erledigt sich dann von selber. Weil die Kühe, wenn sie verwundet sind, automatisch in die Scheunen zurücklaufen. Jawohl. 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 Gut. Langsam kommen sie alle an hier. Nicht da irgendwo querlaufen. Dass wir uns sonst... ...wurzestehen kommen. Ja, langsam kommen wir alle rein ins Dorf. Danke, danke. Sehr gut. Gut gemacht, Leute. Jawohl. Okay, dann wollen wir mal sehen, was wir hier mal anrichten können. Wie der hier noch steht vom Gegner. Da, da sind sie. Da greifen sie an. Wir greifen an. Jawohl. Wir greifen an. Jawohl. 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 Wir greifen an. Auf in den Kampf. Jawohl. Wir greifen an. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Gut, alle mal draufhauen. Wir greifen an. Ja, und so kriegen wir sie. Sie steuert ihre... ...kampfausbildungsstätten. Wir greifen an. Wir greifen an. Tötet diesen neuen... ...Brogenschützen da. Und dann, äh, ja. Ich habe auch noch diesen Bauern-Erinnerung geistert. Wir greifen an. Wir greifen an. Wir greifen an. Ja, genau. Oh. Befehl. Jawohl. Wir greifen an. Ah. Gut. Wir greifen an. Das sieht gut aus. Ich höre. Ah, hier ist ein Heiltempel. Wie du befehlst. Oh, den ich genutzt habe. Tja, sein Pech. Wie du befehlst. Ist hier im Süd noch was? Ah ja, da ist noch eine Einheit. Oh, da ist noch eine Einheit. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Ich greife an. Wie du befehlst. Brett. Jawohl. Wir greifen an. Bin bereit. Wie du befehlst. Zu befehl. Auf in den Kampf. Jawohl. Wir greifen an. Jawohl. Zerstört alle Gebäude. Zu befehl. Wir greifen an. Zu befehl. Zu befehl. Zu befehl. Brett. Ja, hab geschafft. Zu befehl. Zu befehl. Zu befehl. Da hattest du. Ich gehe. Zu befehl. Auf in den Kampf. Wie du befehlst. Jawohl. Jawohl. Wir greifen an. Zu befehl. Gut. Bin bereit. Wie du befehlst. Zu befehl. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Ich denke, das soll es doch gewesen sein, oder? Ja. Wie du befehlst. Und tatsächlich hätten wir hier leicht durch das Fällen einiger Bäume in das Hauptlager des Gegners kommen können. Also für alle, die Probleme haben, hier durch den Spalt zu kommen, der das Wiesland-Dorf geschützt hat, ähm, ja. Gehen einfach rechts rum. Das klappt auch. So, hier ist das Vernichtungskommando für den Rest da oben. Und, ja, das soll es gewesen sein. Ich höre. Wie du befehlst. Mit dem Wiesland-Dorf. Wie du befehlst. Schnell, effizient, tödlich. So sollten wir zuschlafen. Und da steht hier noch einer. Jawohl. Wir greifen an. Okay, Junge, du musst dich heilen. Das ist jetzt die Oberstrukturität. Ich höre. Stopp. Hä? Auf in den Kamm. Ja. War da. Ja, einer war noch da. Ein letzter Verteidiger. Jawohl. Und, äh, da kommt noch einer angedackelt. Jawohl. Wir greifen an. Aber wir können schon mal sagen, Wiesland-1-Ende. Da ist jetzt nichts mehr. Zu befehl. Jawohl. Und wie viele Gegner stehen hier rum? Oh, drei Bogenschützen, vier Bogenschützen, fünf Bogenschützen. Wir greifen an. Ich weiß nicht, sechs Bogenschützen, nee, fünf Bogenschützen. Die sich jetzt nicht mehr wehren, sondern einfach nur die verwundeten Darstellen, die jetzt getötet werden. Ja, das war's. Wiesland-Mission 1. Das waren die Grauhemden diesmal. Nach den Gelben kommen jetzt die Grauen oder Blauen. So eine Farbe ist das. Obwohl, ist Grau eine Farbe oder ist ein Zustand? Nein, jedenfalls. Wenn die Reste des viletanischen Obdorfes ausbrennen, wird die heilige Erde das barbarische Vorher vergessen. Sie wird von deinem Volk besiedelt und vielleicht lässt du dich eines Tages hier nieder. Jetzt musst du jedoch darauf achten, dass kein anderer diese Erde betritt. Und, oha, Moment mal, viletanisch, vilet, das Volk von vilet, das hatten wir doch schon. Die Texte sind durcheinander. Aber gut, es passt komischerweise auch. Es ist irgendwie immer dasselbe, oder? Auslöschen, Niedersiedeln, äh, und ja. Rache. Ja, und das können wir doch inzwischen ziemlich gut. So, dann schnappen wir uns das nächste Wiesland-Dorf. Unser Reich wächst und gedeiht. Angriff auf das Volk von Wiesland. Wiesland-Mission 2. Ein furchtbarer Morgen. Der Kampf hat dich müde gemacht, doch noch ist er nicht vorbei. In der Nähe steht ein Dorf, aus dem Nacht für Nacht Spione und anderes Gesindel die Grenzen überschreitet und ein Land heimsucht. Der Grenzposten muss ausgebaut und ein für allemal das Problem beseitigt werden. Okay, der Ersatzbau ist ein bisschen verkehrt, aber... Wir nehmen das so hin. Es ist ein furchtbarer Morgen. Aber noch sind wir nicht ganz müde. Baue Grenzposten aus. Zerstöre das benachbarte Dorf. Wiesland-Mission 2. Ja, das ist GBF-Arkader Altmeister, der sagt, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Victory! Mit Sprachfehlern. Bis dahin.